Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum MyDayFriday. Heute ein super leckeres Reisgericht. Wir machen einen Reisbowl mit Gemüse. Ein wirklich tolles Rezept und ich würde sagen, wir gehen los. Als allererstes benötigen wir Reis, eine Schalotte und Ingwer, Brokkoli, Frühlingszwiebel, Zuckerschoten, eine Möhre, rote Johannisbeeren, etwas Öl zum Anbraten, Petersilie, Sesam, ein super allrounder Sweet Chili Soße, das macht das Reisgericht super lecker und pikant, Sojasoße, Gemüsebrühe, Agarrensaft oder Honig, Pfeffer und etwas Salz. Und jetzt kann es losgehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das Schöne an diesem Gericht ist, du kannst es nach Belieben variieren. Du kannst Gemüskartoffeln verwenden, Pastinake, Kürbis, du kannst Lauch mit hineintun oder Bohnen oder das Gemüse, was du einfach gerne hast. Dann wird es ein leckeres Essen und da kann man wirklich nichts falsch machen. Das Schöne an diesem Gericht ist, du kannst du auch gerne machen. Das Schöne an diesem Gericht ist, du kannst du auch gerne machen. Reis ist einfach ein wunderbares Nahrungsmittel. Es hat so viele Facetten und ist so vielseitig und ich liebe einfach Reis. Dieses Rezept finde ich besonders toll, weil man es mit so vielen Gemüsearten machen kann. Und das ist immer super. Und wenn ihr mögt, klickt euch unbedingt am Montag wieder rein. Ein neues Video wartet dann auf euch und Happy Weekend und bis Montag. Tschüss.